Selbst wenn der Kopf sich einmal irren sollte, Blut irrt sich nicht. Hast du denn den Stützpunkt des Gegners gefunden? Die Hafenmafia, Mimik und die schwarze Spezialeinheit. Diesen Dreierkonflikt. Wer hat den eigentlich gesteuert? Ich kann dich jetzt leider nicht gehen lassen. Mein Name ist Jida. Er hat die Absicht, die Hafenmafia zu vernichten. Die Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen, ist allmächtig. Ich töte keine Menschen. Warum nicht? Das war's dann. Ich bin so schnell wie möglich da. Ab jetzt spielen wir das Spiel für Erwachsene. Da sein! Da ist die Hafenmafia, die unsere Firma vernichten will. Und da ist die Gilde, die uns die Firma rauben will. Vor diesen beiden müssen wir unsere Detektei schützen. Drei Organisationen im übernatürlichen Krieg. Oder sag du runter! Diese Stadt muss ich unbedingt in meine Hände bekommen. Darf ich nach deinem Namen fragen? Ich bin der Teufel. Du Abschaum! Mit solchen Typen werde ich auch so fertig. Gegen so einen wie dich werde ich nicht verlieren! Hey, Kunikida, hinter dir! Das sieht so aus, als hätte ich Gäste. Was war das? Wir müssen kämpfen! Mein Gewehr ist die Waffe der Dumme. Die Operation Yokohama anzünden. Was ist daran lustig? Sei Gott den sündigen Menschen gnädig. Auf die Straight-Offs! Diese hier hast du doch schon gesehen, oder? Vers applying das��. Ich bin das. Ich��ker. Willst du doch dich?